so hallo hallo und willkommen zu den euren folgen Minecraft Franzl wer die vorigen folgen nicht gesehen hat unbedingt rechts unten bei mir auschecken da waren wir bei so einer flugstunde da sind wir in den flieger geflogen der flieger ist glaube ich jetzt am tag oder der hat irgendwer gestohlen irgend so komischer Papagei oder irgend sowas ok ich hab immer noch mein Geld da drinnen genau mein Gold was ist das Bankdaten? ich glaube das Bankkonto ist... stimmt nicht ich will mir noch mein Mining Charged oder? das kann ich irgendwie benutzen ich habe Diamonds ich habe eine Videokamera von Jakob Bald oder? so ähm so ähm genau was ich eigentlich heute machen wollte ich wollte irgendwie schauen dass ich mehr Essen wieder kriege oder so ich habe noch mal relativ wenig Essen oh da habe ich ein bisschen Schaden gekriegt so doch naja wir haben noch mal Kartoffeln wir sind ungebraten da wollen wir da überhaupt eigentlich eigentlich... wollen wir da Fuel drinnen ich brauche eigentlich... stimmt wir haben gar kein Problem mehr gell? ich habe noch mal gedacht einen Schlüssel den Ur dran um ok schau mal gibt es die wohnung aber die traktor ist eh nicht so wichtig egal was ist das so was ist das ist das fenster was ist das geht es da irgendwo hin rote blaue tür was ist das ok 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 tschüss ich bin weg tschüss 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 ich wollte nicht stehen da ist so klasse ich wollte nicht stehen bei dem labyrinth wo wir immer als markte da sind aber ich wollte nicht stehen alles gut der auftrag geht glaube ich immer noch nicht der ist zugebaut genau in folge folgen war noch irgendwie lettland ist größer als österreich mit irgendwie so freck wie österreich flaggen ich weiß nicht könnt ihr mal schauen so du wuschel jetzt kommt mehr wo ist die mieden der mieden wie viel auch wäden aus mieden da ist die zwutschel weg wenn es mir keine mieden gibt ja wo da muss die mieden wo ist die mieden und mehr mieden mehr warte 1 sekunden ich hole mir wieder so wie ich glaube ich gebe ihm einfach so 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 obwohl ich reicht ich nehme die mieden oh ok ahm ja was was nananana schau schau ich gebe dir was wieder Pascha, pascha, oder? Okay, okay, ich kipp dir alles, was ich hab. Mehr hab ich nicht. Nächstes Mal will ich mehr mieten. Ich will blau mieten. Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein. Okay, das geht weg. Kurz, was machst du? Das ist keine Party. Geh kurz. Oh, die Sterbücher. Was machst du? Es werden aber immer mehr. Ich glaube, dass ich will schon... Oh, okay. Kann ich reiten? Oh, oh. Oh, hallo, Nopis. Willst du bei einer Party mitmachen? Nopis. Ja, was ist Nopis? Ja, da. Nopis. Ja, da kannst du reiten. Oh, Nopis. 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 Gefühl, ich hab mir irgendwie geschrieben. Nopis. Da liegen alle immer dumm. Ich hab drei jetzt g'nommen. No, Nopis. Oh, was ist? Nopis. 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 Nopis? Tja, nur... Also, wer soll die tot sein? Nopis? Oh. Okay. Anscheinend haben wir jetzt irgendwie... Okay, das sind ein paar Babylamas. Äh, Geisterlamas oder so. Und der Nopis, ich glaub, der war irgendwie nicht zufrieden. Ich glaub, die Katze hat den aber weggespringen. Das denk ich mir eigentlich. Warte, jetzt hab ich Leder. Was können wir mit Leder machen? Komm, Leder muss... Komm, Leder muss ich craften. Aber wo? Äh, Crafting Table. Aber Late Land. Genau, das wollt ich dir noch sagen. Oh. Äh, hallo. Oh. Okay. Äh, das ist ein Turn... Ein Turn-Typ. Okay. Ähm. Aber Late, genau, das wollt ich sagen. Late Land ist größer als Österreich anscheinend. Und da nochmal so Fake Österreich. Oh. Oh, hallo, Geist. Ähm. Wirst du vielleicht irgendwas sagen? Äh. Ja? Ja, was willst du machen? Was willst du ja sagen? Ähm. Willst du mich irgendwo hinführen? Oder? Äh. Geist. Springst du runter? Oh. Also, mitkommen soll ich? Okay. Okay, okay, okay. Was der Geist uns zeigt. Okay, da war er so. Ob der da ist, wegen der Flugstunde? Ja. Okay, ja. Ähm. Da war Spende. Ist der noch, ist der noch mehr, oder? Oder was machst du da? Willst du mir irgendwas zeigen? Ich hab mir eine Lederhosen. Ich packe ein Ding mit dem Crafting Table. Was willst du denn zeigen? Oh. Ah, du wohnst da, okay. Oder? Ja, der, der Geist wohnt da, glaube ich. Äh. Okay. Ah, ich sehe schnell, willst du was? Okay, Geist. Äh, dann geh mal wieder, Geist. Okay. Äh. Ja, ich wollte genau, ich wollte halt dann auch so einen Bankkonto-Typ schauen. Ob es da irgendwas Neues gibt. Ähm. Irgendwie einen neuen Zinssatz. Oder neere Prozente. Neh. Ob es Bitcoin gibt oder irgendwas. Äh. Bankkonto-Typ. Neuer Eröffnung, steht da noch. Da kann ich, glaube ich, immer noch nicht ein. Nein. You can do that. Something is in the way. Der Eintritt erschießen. Okay. Äh. Bankkonto-Typ. Bist du da? Äh. Ah. Äh. Grüß Gott. Ähm. Servus. Wie geht's Ihnen denn, Tippe? Äh. Gut, gut geht's mir. Also, äh, ich hab überhaupt letztens eine Flugstunde gemacht. Jetzt kann ich irgendwie auch fliegen, hoffentlich. Ähm. Zumindest weiß ich, wie es geht. Ja. Äh. Wollen Sie an Vermietzins anlegen? Ja, ja, Vermietzins ist immer gut, ja. Anlegen, ja. Wir sind in der Bank. Ja, in der Bank sind wir, ja. Ähm. Wir können Geld sparen. Sparen, ja. Sparen ist eigentlich... Im Vergleich Zins. Vergleich Zins? Der steigt gleitend. Ja, das ist super. Vergleich Zins. Vergleich Zins. Vergleich Zins, ja, ja. Ähm. Wie legen Sie denn auch? Unser Bankkonto umwandeln auf ein Vergleich Zinskonto. Vergleich Zins, das steigt. Äh, ja. Oh, äh, Gleitzins ist immer gut. Oh. Ich hab gerade noch ein Ticket. Ein Gleitzins muss ich. Brauche ich das Passwort. Äh, ja, was war mein Passwort da mal? Oh. Hallo. Okay. Äh. Was ist denn das für eine Hexerei? Ähm. Äh, ich weiß selber nicht. Ist der Bruder zu Besuch? Ja, vielleicht ist mein Bruder. Ähm. Ja. Wo ist der Cousin oder die Cousine? Ich glaub, es ist der Cousin hoffentlich. Ähm. Haben Sie irgendwie, ähm, ein Passwort? Ja, muss ich auch ein Gleitzinskonto öffnen? Äh, ich glaub. Ich trage das Passwort ein. Äh, wie noch geht. Äh, ich will... Ein Gleitzinskonto ist Geld, um mal einlegen, ja? Mein Passwort ist, äh, Franzl ist cool. Eins, zwei, drei. Franzl ist cool. Eins, drei, vier. Oh. Okay, okay. Äh. Das Passwort stimmt überein. Überein? Ich habe mich vergleibt ins Konto. Oh, super. Also übersteigt's. Also steigt mein Konto, ähm, Rasenanschein. Ja, das steigt. Wie viel habe ich denn gerade am Konto? Oh. Wie viel habe ich denn gerade am Konto? Ja, was ist denn? Wollen wir so einen Käse haben. Okay, ist ja noch. Käse ist immer gut. Oh, wie viel habe ich denn? Und einen Schocki. Einen Schocki? Einen Schocki? Einen Schokolade, Cheap, Cookie, blöd. Okay. Ähm. Und sonst gibt's eigentlich keine Zinsen? Da ist ihre Auszahlung. Oh, da, da, da. Da hast du gesagt. Ähm. Haben sie irgendwie, ähm. Gibt's irgendwie mehr Zinsen? Gibt's mehr Zinsen zum Zinsen oder so? Ein Gleichzins steigt die nächste Woche erst. Okay, und wie viel Prozent steigt so circa? Um. Das müssen wir erst berechnen. Wir sind eine Bank und kein Mathematik-Institut. Mathematik-Institut? Wo gibt's denn ein Mathematik-Institut? Ich sehe, die Merge entfragen. Ja, mir geht's schon abgehoben vor einer Stunde. Alles. Wie geht's? Das kann nicht steigen. Sie haben das abgehoben. Sie waren vorher da. Hey, meint's jetzt mich oder mich? Daher Franzel. Ähm. Mit Nachname? Ist kein Nachname eingetragen. Ähm. Vor einer Stunde alles abgehoben. Äh, kann ich was wieder drauflegen eventuell? Dann hast du irgendwie, äh, meine Bankkonto. Ja, ach so, wo komm? Wo ist denn mein Bankkonto? Mein Bankkonto, äh. Okay, ähm. Äh, der Zins steigt. Kann ich jetzt wieder... Entschuldigen Sie mich. Ich hab jetzt Feierabend. Okay, äh, tschüss. Hallo, du lundrig. Hallo, du lundrig? Okay. Ähm. Nein, nein, nein. Du, 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 du hast eineinige. Nein, 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 nein. Nicht eineinige. Da wohnt der. Er schießt und hast. Bumm, bumm, du stirbst. Nein, 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 nein. Nee, deineinige. Nee, deineinige. Komm mit. Na. Oh, komm, 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 komm. Renn, 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 renn. Schnell. Okay, okay, okay. Ähm, okay, du gehst um nie wieder eineinige, okay? Ähm, wie das? Nur nicht, wer du bist. Aber komm einfach mal mit, äh, ich zeig dir meine Wohnung, äh, ja, äh, Zwillingsbruder oder wie immer du bist. Da komm mit, äh, das ist, äh, der Wohnblock, wo ich wohne. Da wohnt, äh, der Geist da drinnen. Ähm, und, äh, ja. Da im ersten Stock nämlich. Es gibt nicht auch Typen, der wohnt da, oder? Das ist der Vermieter. Der will nämlich, äh, muss zahlen, dass ich da wohne, okay? Ah, nein, 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 okay. Oh. Komm mal, einige ist da daheim. Ja, okay, der A6 spielt, ja. Ähm, das ist der Dressort. Das ist der Goldene Dings, was da meine ich schon. Da war ich eh schon drinnen, bin schon mal eingebrochen, oder? Da, äh, da ist der Goldene Dusche. Und alles. Und da ist die Kuchel. Hat er eigentlich da irgendwas drin? Nein. Und da ist er, okay, das kann man nicht öffnen. Ähm, ja, das ist irgendwie sehr komischer Raum. Da schlopft er anscheinend. Was selber nicht. Ja, komm mal mit, bevor der noch irgendwie ham kommt, oder so. Die Tier offenstehe, äh, sieh ich, oder? Okay, komm mal mit. Dann machen wir die Tier auch noch zu. Da, da, so. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, wo es irgendwie, also welche Leute da irgendwie bei mir wohnen. Da wohnt der, äh, Gustavo, aber ich glaube der ist gerade auf Geschäftsurlaub. Komm mal raus, so. Ja. Ich weiß nicht, ob der wohnen oder ob der sitzt, oder so. Ähm, oder ob der bei der Polizei ist, oder weiß ich nicht. Das ist mein Haus. Da steht irgendwie ein Lettler und das größte Süßere. Ähm, ähm, okay, hallo, ähm, kennst du den? Kennst du den? Wer ist jetzt der echte? Ja, nein, 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 okay. Äh, äh, er kennt's bei der Premierwohnung, wer eh immer das ist. Da ist nämlich auch am Trainer, äh, da, da, äh, da kennst du irgendwie, äh, ja, was willst. Da, da, da muss ein Scheißer Käse. Was? Ist du rausgekommen? Das ist meine Wohnung. Was, was macht ihr? Das ist meine Wohnung, hab ich. Das ist meine Wohnung. Warum soll ich rausgehen? Das ist meine Wohnung. Warte, was soll ich? Ey, was soll ich? Das ist, das ist, ah, ah. Oh. Warum hab ich zu? Oh, ich bringe nicht mehr was. Oh, oh. Der wird gut. Ganzes Vermögen. Oh, oh. Seht sich irgendwas? Wo war das? Das ist gleich. Oh. Hallo? Oh. Steh alles wieder, aber steh alles. Alles, was geht. Alles, was geht. Fuhig, was, fuig, was, fuig, was. Alles meins. Nein, es geht alles mehr. Oh, nein, nein, nein. Geh mir, geh mir, geh mir. Ähm, da oben tut, la. Ich geh. Oh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Ja, ich geh schon aus, ich geh schon aus. Tschüss. Okay. Ähm, ich glaub, bei Wohnung, wo man gerade wegnimmt, ich hab irgendwas mit. Irgendwas, ich hab eine Mining Charge. Ich kann es mal probieren, eine Mining Charge. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bist du? Oh, oh, hast du Superkrä... Oh, Franzl was slain? Bei Franzl, trying to fight Franzl? Was? Ist da noch ein Franzl da drinnen? Ähm. Okay, du hast anscheinend super Kräfte. Ähm, wollen wir sich was ausmachen? Ähm, du wohnst da, ich wohnst da. Wir tun uns das alles, okay? Ähm, du kriegst ein Geldanteil, du kriegst einen Zinssatz, du kriegst alles, okay? Mach mal sich das so aus. Was ist? Okay. Ähm, ja, du kannst dich da irgendwo eine, eine... Eine legen. Was ist? Was ist? Was willst du? Ja, was ist? Was willst du? Was willst du? Hey, den, den, den Schlüssel? Oh, was willst du? Oh, was willst du? Oh. Bleib kurz, bleib kurz, bleib kurz. Die darfst du nicht jetzt sehen. Bleib kurz irgendwo. Ah. Oh, oh. Warte. Ist das der Sohn? Oh, ha, hallo? Ja, du bist der Sohn. Du hast ein bisschen Taschengeld. Du kannst irgendwas schönes kaufen, ne? Ähm. Wo? Also, willst du das Geld haben? Ah, schau, ich kenn's mal. Warte mal, ich kann ein paar Blöcke benutzen. Ich kenn's da mal irgendwie. Na, au. Wer, wer seid ihr und warum seid ihr bei mir? Ähm, okay, äh. Was ist denn da passiert? Kommt noch eine? Ja, da vorne komme ich raus. Ähm, was sind sie für Leute da vorne? Hallo? Ähm, ist meine Wohnung. Einmal bitte austreten, würde ich sagen. Ähm. Oh, okay, ähm. Ist es jetzt der Papa? Dann hüpfe ich einmal. Nette Papa. Schau, du kannst du mein Problem und also, da wo mein... Nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Oh, was willst du, was willst du, was willst du? Kannst du da einhißen, schau. Ja, komm her. Komm, geh, ähm. Was willst du von mir? Eine Tür, ja, eine Tür. Ähm. Und du fühlst, du kannst irgendwie, äh. Was ist das? Check da, body name? Okay. Ähm. Ha. Wer? Wer? Bist du? Äh. Oh, 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 okay. Ähm. Ich kenn's euch da da. Kennst ihr da irgendwie? Habt ihr auch super Kräfte? Könnt ihr euch da aufgraben? Hallo, so super Kräfte kannst du dir die Wand erschlagen? Oder, was ist? Oh, oh. Jetzt weiß mein Padgut nicht. Oh, er rennt da. Er rennt da. Du kannst nichts machen. Kannst du was machen? Irgendwas zusammenhauen. Zusammenhauen. Äh, kaputt machen. Ja, ein Leiter. Guck mal, ein Leiter. Oh, jo, so geht's da, natürlich. Oh, so geht's da. Oh. Okay, explodiert was? Oh, oh. Pass auf, Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand. Ich muss das sehen. Oh. Nein, nein, nein. Pass auf, pass auf. Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Okay, jo, er kennt sich da irgendwie. Er nisten, wann er wo jetzt irgendwie? Na, spreche ich doch nicht alles. Wir sind Wohnung vergessen, oder was? Was war mit der Sicht? Ich bin rausgeworfen. Obwohl, eigentlich kann man wirklich die Wohnung jetzt geil so machen. Ja, das ist ja ganz leicht. Äh, ja, also. Du kannst dich da irgendwie einrichten mit deinem Sohn, wenn du willst. Du kannst da so zur Bahn, dass es schön ausschaut, irgendwie. Ähm, ja, du kannst dich mal da vorne irgendwie einnisten. Ich baue die Wand da nochmal noch hin, die eine Wand. Ähm, so. Dann würde ich eigentlich auch sagen, das war's für die Folgen. Ähm, ich hoffe, die Zerständer fuhren nix oder so. Lass dir ein Like und ein Abo da für mehr Mancroft-Fanzl. Und, äh, tschau. Und, äh, tschau. Und, äh, tschau.